Musik Yo 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 Was geht ab? Kennt ihr diesen komischen Pinöppel? Aus Amerika Ich finde es besonders lustig Vor allem finde ich lustig diese Hunde-Videos Oder was auch immer für Tier-Videos Die dann da mitspielen mit diesen Dingern Das Wetter ist geil The Wetter ist geil So heute Ist unser Oh dammit Warte mal Kannst du irgendwas halten? Öffne Helge mal Ja öffne du mal Danke Heute ist unser letzter Tag In San Francisco Oh Leute Das wird nichts Das ist übrigens unser Amerika-Lied Dieses Lied Läuft 24-7 im Radio Him and I Die ganze Zeit wirklich Jedes zweite Lied gefühlt Naja auf jeden Fall was ich sagen wollte Heute ist unser letzter Tag In San Francisco Irgendwie ging es mega schnell rum Irgendwie schon ja Und wir werden heute Zur Golden Gate Bridge fahren In den Golden Gate Park Und da einfach noch ein bisschen rumlaufen Und gucken was da so abgeht Jetzt werden wir als erstes mal frühstücken Und morgen sind wir im Prinzip auch den ganzen Tag noch in Amerika Aber unser Tag wird daraus bestehen Dass wir zurück nach L.A. fliegen Das Auto abgeben Ach ja Fahren Zurück nach L.A. fahren Das Auto abgeben Helgi abgeben Und dann abends fliegen Wann fliegen wir so gegen 9 Halb 10 Halb 10 Geht unser Flug Und dann fliegen wir Elf, zwölf Stunden Zehneinhalb Ja Weniger Zehneinhalb Ah Zehneinhalb Stunden Oh krass Zehneinhalb Stunden Sind dann in London Und dann fliegen wir von London zurück nach Deutschland Sind Freitagabend in Deutschland Wenn alles klappt So Und jetzt ja wenn alles klappt Man weiß nie Und jetzt gehen wir erstmal fristiken Weil wir haben Hunger Steens Baby Ja 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 so Ja Ja Und hier gehen wir jetzt Breakfast Heaven Jo Lecker Hoffentlich So Fristis Oh Ich habe Club Sandwich Laura hat irgend sowas mit Ei ist da drauf Ne Und Hashbom Und eigentlich kriegen wir noch Fruit Aha Thank you Du hast keine Fruit? Na ok Na gut So Helge wurde geparkt Laura sprüht sich mit Camilos ein Los Camillentee Wir haben das jetzt tatsächlich geschafft Die Golden Gate Bridge zu finden Das finde ich auch krass Dass man hier einfach umrund fahren kann Ja das finde ich auch krass Dass man hier umrund fahren kann Und jetzt laufen wir To a Golden Gate Bridge To a Golden Gate Bridge Ah mein Husten ist immer noch nicht weg Na gut Exploring the San Francisco Headlands Wo sind wir denn hier? Das ist aber noch ein ganzes Stück zur Bridge Und das alles ist dieser Park Und der geht noch voll weit Hä doch der ist doch hier Mh mh Ein anderer Park Natürlich Nein Ist der das? Ja Kann sein Ah dann ist hier ein anderer Park Dann ist da der Golden Da müssen wir dann nochmal hinfahren Da ist die Bridge Da ist die Bridge Dann ist hier halt ein anderer Park Didi Da ist sie Hallo Bridge Von mir aus hat man gar nicht mal so einen guten Blick Ja Aber man hat einen guten Blick vor diesem Baker Siege Steff da hinten oder so ein Stück weiter runter Okay Yay Und wir fahren da übrigens nicht rüber weil das eine Zollstraße ist Und wir zahlen keinen Zoll Aber so sieht es ja gar nicht aus da drüber zu laufen Ja stimmt Es sind drei Kilometer Die Bitch Eine Strecke Eine Strecke Einmal Bridge hin Drei Kilometer Einmal Bridge zurück Drei Kilometer Macht Sechs Nach Adam Riese Wir kommen der Brücke immer näher Was lachst du? Geht so Wie geht so? Natürlich die sind jetzt viel näher als als wir da oben waren Ja Laberkopf Jackson Ja Ja Okay La 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 Ganz viel mehr Das Wetter ist heute richtig gut Es sind noch über 20 Grad ne Ja 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 Auf zur Brücke Hallo Hallo Da ist die YouTube Frau Da kommt ein Fahrrad Ah Okay, bitte Hier Die YouTube Frau Hallo 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 Frau YouTube Frau Begleitung Hehe Zeig mal deinen Schatten Mach mal was Cool Das macht man nicht Das ist FSK 18 28 FSK 28 Das darfst nicht mal du sehen Hehe Schaut mal Die Brücke Übrigens Fun Fact Ich habe tierische Angst vor Brücken Wir sind gerade schon hier drunter her gelaufen Ich fand es ultra schlimm Und wenn wir gleich drüber laufen Finde ich es noch schlimmer Vor allem weil das ewig dauert Weil es drei Kilometer sind Also im Sinne von Da ist man nicht in zwei Minuten rüber Ich habe da richtig richtig Angst vor Drüber fahren auch Drunter auch Ich habe so Brücken eigentlich Aber gut Was willst du machen wollen Äh Laura wollten wir nicht auf die Brücke Ah okay Hier können sie die Brücke sehen Von San Francisco Und schreibt mal bitte in die Kommentare Was ihr denkt Also was Welche Farbe die für euch hat Für Also es steht überall dass sie orange ist Laura sagt aber sie ist rot Und ich tendiere auch zu rot Aber ich würde sagen sie ist Äh Rostfarbe Aber auch eher rot Hallo Hallo Elke Travis Ja und da laufen wir jetzt gleich rüber Das ganze Gerät Da Na dann Holen wir mal Es gefällt mir nicht Oh Gott Auf jeden Fall Ist ja nicht mehr weit Haha Wow Genau Okay Wir haben es geschafft Hier ist das Ende Und bei dem Wetter ist es ganz schön anstrengend Weil es richtig richtig warm ist Und mir ist nicht warm wegen mein Axt nein Sondern wegen dieser beschissenen Strumpfhose Die ist einfach ultimativ warm Halleluja Ja Aber jetzt gehen wir da Zu einem Aussichtspunkt Und Gucken auf die Brücke Yes So Hier sind wir jetzt gerade Haben einen kompletten Blick auf die Brücke Und hier kommt gerade die ganze Zeit immer so ein lustiger Mann Und macht einfach so Fotos mit uns Das ist dann ein bisschen amüsant Er sagt immer Setz dich so hin Mach die Hände so Komm ich mach das Foto Und dann positioniert er und so Und macht einfach Fotos Das ist äh Witzig Stimmt Yeah So Hoi ist gut beendet Dann beschreiten wir mal wieder den Rückmarsch Wie lange sind wir jetzt ungefähr da rüber gelaufen Weißt du das? Auch keine Ahnung Ich guck jetzt mal auf die Uhr Jetzt ist es 13.47 Uhr Festgehalten on camera Dann gehts jetzt wieder zurück Bruck Über die Brucke Dann gehen wir noch zu einem Strand Und gucken mal, ob wir da noch mal eine geile Aussicht auf die Brücke haben Bom, Bomm, 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 Bomm Und seine Freunde fliegen da Ja, jetzt kommt der Wind noch raus Was ist das für ein Tier? Vielleicht ist es auf den Otten Die Otten! Weg! Weg! Ein grosses Wegfahrer Unter der Brücke Halleluja Ob er jetzt da wieder rauskommt Ja, da Seht ihr ihn? Was tut er? Niemand weiß es Jetzt fließt er wieder da rüber Okay Okay Das hier ist das Ende von der Brücke Da werden wir sie sehen Und die Uhr sagt Oh, ich kann es nicht lesen 14.25 Uhr Also 38 Minuten Ja 38 Minuten braucht man um über diese Brücke zu laufen Ja Können wir machen Scheiße, wir laufen auf dem Fahrradweg Oh nein Oh nein Wir haben uns verlaufen Auf einem Fahrradweg Verdammt Hoffentlich lassen sie uns leben Ups Was machst du? Eine Smartphonehalterung Wir machen hier Das kleine Smartphonehalterung Chris kleine Smartphonehalterung Fräulein Hehehe Wir machen hier Wir machen hier Wir machen hier Oh Kannst du das bitte nochmal richtig summen Das Strip-Lied Danke Ja Ja Los Like a pro Ich Mag auch Hubschrauber 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 Oh Ich habe gar keine Ahnung wie ich hinfilme wegen der Sonne Da ist er Boah krass wie nah der ist Ja Oh sorry Uh Fliegt er wieder zur Brücke Let's go to the beach Let's go get away Wir sind jetzt am Baker Beach Boah geil mit Axt im Sand So wie am Berners Beach So wie am Berners Beach Und da ist die Brücke Boah das ist irgendwie eklig hier lang zu laufen Warum? Weiß ich nicht Ich baue lange nicht mehr am Sand Stand 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 Guck mal Er Do Non parlarmi l'innatio, o inchiamarti, dirti che ti puoi fidarti in me. Let us dance a dance, dance my hand. And don't ever let go, if you know me you know. That I can dance alone. Non suona bene, senza di te, mangermete. Musik So, wir gehen jetzt in den Golden Gate, ich sollte die ganze Zeit Central Park sagen, in den Golden Gate Park und gucken mal, was es hier Hübsches gibt. Und ich habe die ganze Zeit Lust auf 1EIS. Und ich müsste mal auf den Abort. Aha, interessant. Lass uns mal rüber gehen, wenn wir hier ändern, unser Bürgersteig. Der Bürgersteig, der Bürger, der Bürger. Parking Garage. Garage. Garagey. Veselini. Warte, die wollen doch gar nicht hier rein. Hier, wollen wir da lang oder da lang? Ja, wo lang? Hier, einfach rein. Schön. Wie gefällt euch diese nice Bench? Mir gefällt die. Nice. Eins Wasser. Ich würde so gern schwimmen gehen. Okay. So, wir sind wieder back im Walgreens, weil wir Bock auf EISCREAM haben. Das ist so Wendy's, da mal gucken. Hat Wendy's Eis. Weiß ich nicht. Ich war da noch nie. Ich auch nicht. Sollen wir gucken hin? I don't know. Okay, das war nicht so geil. Wir gehen jetzt doch in den Walgreens und holen uns ein Stihil Eis. Stihihihihihil. Gell? Hey. Girl. Hey, baby. How you doing? Das klatschen, oder? Ich frage mich, warum du das filmst und nicht die Cheetahs in die Kamera hattest. Happy? Ja. Om nom 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 nom. Bimst du ein bisschen rot? Ja, Bimstchen. Und dein Handy. Oh dammit. So, Zeit fürs Abendessen. Wir sind bei Jack in the Box. In Hamburg. Okay. Das ist dein, oder? Dann ist das meiner. Pommes Burger. Und Nuggets und Pommes Burger. Yummy. Guten, baby. Guten. Back in the room. Wir haben jetzt gegessen und ich werde jetzt den Vlog beenden, weil heute passiert nichts mehr außer, dass wir jetzt beide duschen gehen, ich diesen Vlog schneide und schon mal komplett hochlade, weil heute ist bei uns Mittwoch und dieser Vlog wird Samstag online kommen. Also ich bin jetzt zwei Tage quasi im Über-Dings, dadurch, dass ich ja weiterhin jeden Tag gefilmt habe, aber zwei Mittwoche ja jetzt Mittwoch sind es kein Vlog haben. Äh, deswegen bin ich jetzt zwei Tage drüber. Was aber im Prinzip richtig gut ist, ähm, weil morgen, äh, fahren wir nach L.A. und fliegen dann. Sprich, da kann ich nicht schneiden und Freitag sind wir auch noch den ganzen Tag quasi im Flugzeug und da bin ich erst abends, äh, beziehungsweise dann landen wir erst mittags, nachmittags in London, fliegen dann noch nach Deutschland, da bin ich auch erst abends in Deutschland. Sprich, an den beiden Tagen könnte ich es nicht schaffen, äh, zu schneiden, äh, Vlogs, oh Gott, ich bin durch, Vlogs zu schneiden oder hochzuladen, von daher ist es perfekt und Samstag, ähm, wenn ich dann wieder zu Hause bin, äh, kann ich dann alles wieder machen und dann bin ich halt auch wieder in der Zeit. Von daher ist das eine sehr, sehr gute Lösung, die ich mir da ausgedacht habe mit diesen Mittwochspausen. Ja. Und, genau, ich hoffe sehr, dass euch die Vlogs gefallen haben. Morgen kriegt ihr nochmal einen letzten Urlaubsvlog. Wer weiß, was wir dann noch erleben. Es wird wieder ein bisschen Roadtrip mäßig sein, weil wir ja, wie gesagt, zurück nach L.A. fahren und, ähm, dann eben den Flug haben. Ja. Also, würde ich sagen, ich verabschiede mich und wir sehen uns morgen. Tschüss. Zu unserem letzten Tag. Tschüss. Naja, zur Abreise. Ist trotzdem der letzte Tag in Amerika. Ist ja so. Ja. Okay, bye. Ja, morgen ist der letzte. Ja, du hast ordentlichen Sunburn. Okay, tschüss. Tschüss. Okay, tschüss. Tschüss. Tschüss.